So, hier sind wir am Rio Plaza Miami Beach. Ihr seht das von außen. Ein schönes, altes Hotel. Legendäres altes Hotel ist das. Ist komplett neu renoviert worden von Rio. Sieht hinten drin super schön aus. Und von hier aus kann man mit dem Bus nach Süden fahren. Und das hier ist eine Einbahnstraße. Da kommt man dann von unten wieder nach oben. Das geht dann hoch und nach oben raus. Auf jeden Fall traumhaft schön. Matthias, wie findest du das Hotel? Mir gefällt das Hotel hier unheimlich gut. Das Frühstück ist super. Also es ist überhaupt kein Vergleich zum normalen Frühstück, was man hier in Amerika kriegt. Es ist wirklich eigentlich europäischer Standard. Es gibt Obst, es gibt verschiedene Wurstsorten, Käsesorten, Brotsorten. Es gibt warme Speisen. Also super, super lecker. Und das Abendessen werden wir heute auch noch für euch testen. Und dann können wir euch noch mehr vom Rio Plaza in Miami Beach berichten. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, wie zum Beispiel das Abendessen und die ganze Anlage, drückt ihr einfach unten auf Gefällt mir für Reisebüro Feller und dann seht ihr alle anderen Videos. Und dann sehen wir euch noch mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.